In unseren Augen die beste Zeit für die Übernahme eines Hundes ist im Alter von acht Wochen. Gut ist es, wenn der Welpe das Autofahren schon vorher kennt, also wenn er das schon mal vormal wirklich losfährt, erlebt hat und für den Hund am angenehmsten ist es auf dem Schoß von seiner zukünftigen Bezugsperson. Zu Hause ist für den Einzug des Welpen alles vorbereitet. Der Garten ist eingezäunt, in dem sie sich lösen kann und den sie ein bisschen erkunden kann und ihre Schlafstelle im Wohnzimmer ist auch eingerichtet. Für den Welpen beginnt nun ein neues Leben. Weg von Mama und den Geschwistern. Um vorzubeugen, dass das Ankommen als extra aufregend erlebt wird, lässt man sich für das Aussteigen viel Zeit. Um Timba zusätzlich zu diesem massiven Eingriff in ihr Leben möglichst wenig zusätzliche Aufregung auszusetzen, wird sie getragen. Auf dem Arm des Menschen kann sie die unbekannten Reize wahrnehmen, ohne direkt mit ihnen konfrontiert zu sein. Im eingezäunten Teil des Gartens darf sie sich kurz umschauen und sich lösen. Sie orientiert sich hier schon etwas an uns. Im Wohnzimmer ist ihr Schlafplatz vorbereitet, dort biete ich ihr Körperkontakt an. Durch eine Massage der Wirbelsäule versuche ich sie zu beruhigen. Sie nimmt dies kurz an, aber es passt in dem Moment nicht wirklich für sie. Sie zieht sich lieber unter das Sofa zurück. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020